ich bin gerade aus dem urlaub gekommen und habe im urlaub nicht nur abgeholt sondern auch bestellen so ein klein also klein übertrieben ist ein großer gaming pc von medien eraser werde ich jetzt mal hier kurz alle bestandteile das ding einblenden dazu gehört auch eine rtx grafikkarte von nvidia das heißt ich kann jetzt mein kopf rtx spiel und das das ist ein kostenloser scheder von offizieller und ja den schauen wir uns jetzt dann in den nächsten tagen bei einem video an ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein paar tage wird es wieder noch still sein aber dann geht es voll los weil jetzt habe ich 16 gb ram und intel i5 und kann auch die alle meine spiele spielen weil ihr seht hier das war früher mal mein setup ich meine ist es jetzt auch noch immer die kopfhörer und so der pc laptop wird jetzt mal mein zweiter monitor verlassen und so hier und da mal und das da jetzt mal wegen weil ich konnte mir noch kein monitor leisten ihn auch noch nicht ganz habe ich mit ein bisschen kredit meiner eltern gekauft übrigens danke nochmal ja und jetzt würde ich mal sagen packen das ding aus ich glaube ich tue jetzt noch mal kurz das video beenden und dann sehen wir uns gleich wieder wenn die schachtel zum aufmachen ist war dann bin ich jetzt mal wieder da ihr seht schon die schachtel ist offen das liegt daran dass ich mir im urlaub schon mal sagen schaut habe ob alles da ist und hier mal ausschaut aber noch nie irgendwie gestartet das werde ich dann noch nach diesem video aber ich habe mal gesagt wir packen da ist mal schön aus also wir haben hier mal karton und da liegt unser mein neues brachtteil auf das minecraft rtx habe ich mich schon sehr gefreut jetzt muss ich mal das wie ihr jetzt schon merkt läuft der computer schon wir haben es heute den 25 das lesen ja kurz ja wenn man zwanzigsten neunten das heißt es ist schon ein bisschen eineinhalb monate vergangen ich habe mit dem schnitt ein bisschen länger gebraucht und hat auch so sehr wenig zenten das video ist eigentlich auch sehr spontan jetzt ich wollte nur sagen dass der pc jetzt eingerichtet ist mit dem habe ich jetzt auch schon live gestreamt und jetzt die erklärung warum man mich so kacke gehört hat vor allem beim letzten stream das ist das da das sind fake airport also nachgebaute und die haben oft schlechte also immer eine schlechte qualität sagen wir hier schon einen neuen adapter gekauft weil hier der braucht zwei da bin ich als später darauf kommt nur die jetzt funktionieren die kopfhörer irgendwie blöd und jetzt muss ich da was umkleben und das war mit so blöd eigentlich wollte ich euch ehrlich sein nur mit diesem video wird erst was wenn meine kopfhörer eigentlich gescheit funktionieren und mein aufnahmeprogramm lässt das auch gar nicht zu mit dem explorer aber ihr seht ich habe ob es und so ich habe genug ja und zudem auch man kann es lesen da steht vorgeist ja vorgeist zu dem werde ich kommt auch bald wieder wenn ich etwas mit den kopfhörern gemacht habe und mein bruder hat letztes wochenende geburtstag gehabt das ist übrigens der tanz bei 2000 noch mal als gute und dieses wochenende muss ich für ihn die party organisieren und da habe ich noch sehr viel zu tun und muss auch noch sehr viel ausaufgaben machen weil ich jetzt schon in der vierten bin da muss man halt sehr viel machen das heißt wir sehen uns erst wieder in frühestens einer woche mit wieder einem neuen video das heißt es wird jetzt sehr selten ich meine das startleben wieder habe ich schon aufgenommen nur ich weiß nicht ob das audio so gut ist ich habe mir die datei noch nicht ganz angeschaut aber das ist mit dem video war es dann jetzt eigentlich schon und ich freue mich schon wenn wir uns wieder in einem gaming video sehen bis dahin sage ich ja habt jetzt alle noch einen traumhaften tag haut rein